Hallo liebe Leute, ich bin der Tunnel Harisch. Ich bin sieben Jahre alt. Hallo, ich bin Alex Harisch. Ich stehe gerade gegen einen türkischen Ninja-Turkey. Er hat einen großen Stock mit diesem Zeilenpapier und das bin ich. Ich bin Alex Harisch. Er kennt mich doch wieder an einem Ur... ...deinen Rucksackern. Der ist so was von... ...dünn, weil er über eine Grütze hat. Hallo, ich bin Antonia Harisch. Ich singe heute das ganze Titelbuch und das ist mein Zwillingsbruder Alex. Hallo, das ist meine Zwillingsschwester Antonia. Ja, und diese Kuh ist meine Lieblingskuh. Alle anderen, Therese und Schwanger, egal. Ja, und wir lernen die Cinemitte Gitarre. Ich bin sehr gut drauf hier und wir werden jetzt gleich schon beginnen. Das ist meine Lieblingskuh. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ja, und ich stehe gerade neben einem Junior und das ist Junior City. Da gibt es ja im Deutsch-Kuhrad mein Bruder und meine Schwester am Playstation. Mein Bruder spielt Dragon Ball und jetzt tanzt er etwas. Ja, und dann bin ich da drinnen. Tschüss. Dieses Buch heißt Monster, Freunde. Und ich werde das ganze Lied singen. Ja, und tschüss. Es hat mich gefreut, euch kennenzulernen. Und ich... Hallo, liebe Zuschauer, gemeint wie Zuschauerinnen Jahres. Hier ist das Titelbuch von der Monsterfreundin. Wir werden es vor singen mit der Gitarre, ja, und ich bin gut drauf und alle Tiere sind gespannt. Ja, die kennt das Lied schon. Es sind viele, wir werden eins nach den anderen singen. Hallo, wenn es euch gefallen hat, dann macht einen Daumen nach oben und abonniert uns. Das drückt auf die Glocke, ganz wichtig, dann können wir mehr rennen. Wir alle können mehr rennen. Ja, und wir sind gerade beim nächsten Lied. Ja, und dann... Und meine Kuh hat schon große... Ja, kleine Augen. Hat schon wenige große Nagen. Ja, und das, ja, das geht niemanden an. Und es geht weiter. Und ich bin dran. Und die Kuscheltiere, ja, dieser Hund hat schon ein Baby bekommen. Das interessiert jemanden. Und, ja, fast niemanden hat noch ein Baby, aber bekommt ein Baby. Zum Beispiel dieser Affe, der hinter uns ist, ist schon vorgegangen. Und der Baby ist auch vorgegangen. Und tschüss. Na. Das ist ein Handy. Das ist ein Handy, eine wichtige Automation. Und ein Nagelgerät. Nagelgerät zu Nagelgerät. Ach, vergiss. Und er hat gerade einen Schutz. Er ist ein Maulwurf. Das ist meine Kuh. Das ist meine Kuh. Die Kuh, kannst du das lassen? Die Kuh, kannst du das lassen? Ähm, ja. Ich hab kein gutes Gefühl. Okay. Jetzt weiter zu meinem Ding. Das ist eine. Ein Aschenbrecher. War zum Tasche. Mit ihrem Nagel. Und tschüss. Klingt Monsterfisch so. Hey, Quack, Monsterfisch. Nee, im Hof klingt Monstervogel niederzu. Monsterstarke Melodie. Monsterfreundin. Monster Прimida. Monstertorca Melodie. Monstercodile. operated bodies. Monster Model. Monster codis. Monster circular. Maker الله. Monster ambulider. Musik Musik Und es ist zu Ende. Und es ist zu Ende. Das erste Lied ist zu Ende. Und die Kuscheltiere ... Ja, die sind ein bisschen gebangen, Leute. Guck, die sind gleich müde. Die haben kleine Augen. Der ist schon mal sehr gut. Der will gleich klatschen mit den Osterhausen. Es war schon Ostern. Heute ist das sechste Mal. Ich kann nicht spielen. Hier. Guck mal, er kann schon spielen. Das wollte er schon immer spielen. Aber er hat Playstation da. Ich auch. Und jetzt singen wir. 26 Abenteuer mit 26 Schütteln davor. 26 Abenteuer. Die Frage ist nur, was ist hinter dem Tor? Die Frage ist nur, was ist hinter dem Tor? Es ist A wie ein Affe oder ein W wie ein Lieber. Es ist A wie ein Affe oder W wie ein Lieber. Es ist E wie Klaumpfisch, E wie das. E wie ein Lieber. Es wie Fuchs, G wie Gans, A wie Hai, I wie Ibis. I, J wie Jaguar, K wie Knallbrüne Kiwis. W, L wie Löwe, M wie Maus, N wie Nassbär. O wie Otter, P wie Paddack, U wie Qualm. R wie Rape, S wie Strauß, T wie Trampeltier. U wie Hu, V wie Vogel, W wie Wolltapier. Und zum Schluss kommt X, Y und Z. Jetzt. Ja, es ist fertig. Und die Tiere haben schon lange, damit sie große Wangen haben. Der hat zum Beispiel mit der großen Nase. Und die Nase ist gewachsen. Wer kennt sie ja. Ist egal, ist in einem Film ja. Kinder-Serie. Und diese Karotte ist zum Essen, aber sie ist ein Kuscheltier. Aber er ist ein Lebenwesen. Wenn ihr ihn von da kennt, dann ist es ein Lebenwesen. Hast du das nicht gehört? Von der Erde. Guck, hier steht das. Von der Erde kommt unser Wehr, von unseres Fliegen. So, und jetzt kommt der dritte Lied. Nächstes. Die Schnee. Hallo, wir reden jetzt über eine andere Sprache. Der Schlingaler ist so wie ein bisschen kleines... Ja, ich will nichts falsch machen. Wir sind fast beim dritten Lied. Und dann können wir gleich beginnen uns Fragen zu stellen. Fragen bestellen wie... Wie geht's... Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's Jungen? Wie geht's Elliott? Wie geht's Jungen Goyan timer? Wie geht's schon über etwas? Wie geht's Gates? Wie geht's schon ... Bisw Caybra. Menor? Menor? Quas? Quas? Bote bei Ninganai! Komm! Geiligibino! Abonnee, 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 abonnee! Ui! Ma! Schau hinauf! Schau hinauf! Schau hinauf! Schau hinauf in den Himmel, siehst du es nicht? Die Schneeflocken tanzen und glitzen in dich. Die grüßen dich freundlich und rufen dir zu. Wir sind besonders, du besonders wie du. Der Schneeflocken tanzt, im winterlichen Glanz. Der Schneeflocken tanzt, voll Gefühl und Deleganz. Schau hinauf in den Himmel, spürst du es nicht? Die Schneeflocken fallen saft auf dein Gesicht. Und während sie fallen, in friedlicher Ruhe. Ist jeder Flocken so besonders wie du. Der Schneeflocken tanzt, im winterlichen Glanz. Der Schneeflocken tanzt, und gefühlen und Deleganz. Wenn die Schneeflocken tanzt, dann tanzen sie weich. Und keine der Flocken schaut der andere gleich. Wie die Musterfreunde sind sie für uns nah. Der Winter kann kommen, wir rufen. Hurra! Ja, und fertig. Und wir sind fertig. Ja. Und die Kuja. Und wir sprechen wieder. Das war über den Winter. Das war alles. Jetzt kommen noch ein paar, drei. Und wir reden noch eine Sprache. Und sie ist französisch. In Ghana. Französisch. Hallo, das sind alle Kuscheltiere. Die singen mit. Es geht noch nicht los. Oh ja. Hallo, das sind alle Kuscheltiere. Wir kuscheln mit ihnen. Ja, die singen uns mit. Wenn wir uns verwirren, können sie uns helfen. Zwar mit den Füßen. Die sind so salzig, wie das. Ich hab das schon gesagt, wie das Gumball wird. Ja. Und? Das sind so zwei, das sind so vier Finger. Ja. Das war nur. Ja. Und wir reden eine Sprache, die heißt französisch. Ja, und wir beginnen. Mama, wir reden in Deutsch. Hallo. Liebe Leute, da sind wir schon wieder. Ja. Wenn ihr sehr viel, sehr viel, sehr viel, sehr viel, bitte macht eine, macht bitte 600 Abonnenten. Das ist eine 6, 0, 0, 0. 1. Und ihr macht so viele Abonnenten. Und noch eine 1. Wir haben erst noch 68. Aber komm schon. Wenn ihr sehr viele abonniert, so viele haben und dann kriegt 48 Likes oder noch 100, dann werden wir in Gala sprechen. Und zwar noch mehr, noch mehr, noch mehr. Dann kriegt ihr auch Stifte. Französisch. Ihr kriegt dann Stifte. Ein Abonnent. Ein Abonnent. Ein Abonnent. Ein Stift. Zwei Abonnenten, zwei Stifte. Wenn du elf hast, elf Stifte. Wenn du auch 19 hast, kriegst du auch 19 Stifte. Wir haben eh viele, ja. Die sind wieder da. Und wir wollen wieder mit das nächste Lied anfangen. Bitte, ja? Nein. Okay. So. Tatütata. Okay. Das Lied ist Tatütata. Okay und Tonja, bist du bereit? Ja. Tatütata, Tatütata, brauchst du Hilfe, sind sie für dich da? Ja, alle drei Feuerwehr, Polizei. Und in Rettung alle drei herbei. Die Feuerwehr kommt, wenn es tritt. Und wenn das Haus nicht überspritt. Ruf 1, 2, 2, Feuerwehr herbei. Ruf 1, 2, 2, Feuerwehr herbei. Du, 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 du. Ruf 1, 2, 2, Feuerwehr herbei. Ruf 1, 2, 3, Feuerwehr herbei. Ruf 1, 2, 3, Polizei herbei. Ruf 1, 2, 3, Polizei herbei. Du 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 da du ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Was du helfe sind Sie für dich? Ja, alle drei, Feuerwehrpolizei und die Rittung, alle schmalt dabei! Die Rittung krümmert sich geschwind um Menschen krank und gleich dem Sinn! Ruf auf 1-4-4, Rettung kommt zu dir. Ruf auf 1-4-4, Rettung kommt zu dir. Tatütata, Tatütata, was für Hilfe sind sie für dich da. Ja, alle drei, ich wollte ja werfen, ja, wenn die Rettung alle sind für bald. Muss er freuen, ne, die wissen, denn geht ganz genau, wenn was passiert, bleibt und schlau, schlau, schlau. Gib Arztzug, dann ruf auf 1-4-8-2, dann guck den Arztzug auf. Du, 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 du. Jetzt sind wir fertig. Hallo? Oh, warte, warte, ich mach etwas. Warte. Alle tun. Warte, fertig. Und das reicht jetzt und die, die schwanger sind, die machen Sport, damit sie eigentlich mal den Baby bekommt. Ja, kommt das nächste Lied, das heißt Und die Kopfhörer kriegt man, ich, die Haare stellen mir, warte, und, ja, jetzt, dann, ja, jetzt können wir Tickles, Barbesura, Inge, und so süß, guck, ah, guck, dieser Hund ist schon, zum Abschlecken, ist schon, dass mein, ja, schon Vergnügen hat von diesem Hund, ja, alle haben meine erste Position, da sitzt er in meinem Buch, da ist einer mit dem Salto, ja, da ist einer mit den Füßen, ja, den braucht man nicht, den auch nicht, ja, und dann werden wir das Lied singen, ja, und jetzt finden wir uns ganz normal wie normale Leute, wie Freunde sein, uns kennenlernen. Und wisst ihr, wer schöner ist? Genau, diese knöbelige Bär, und wisst ihr, wer? So, das passt jetzt nicht her, nein, wisst ihr, wer? Oh, der ruhig hässlich ist der! Dann, dann! Okay, das passt, das passt nicht, der unheimlichste ist der, aber das ist auch egal. Die Ente passt das hier. Und der schönste ist der. Genau, der schönste ist der. Die Ente kommt fliegen. Ja, das schönste ist das. Die coole... Pass诈! Jetzt werden wir uns kennen... Guck, jetzt werden wir uns kennenlernen. Hallo, wie heißt du, Antonia? Der Alex, du weißt du, wie ich heißt? Ich heiße Antonia. Ja, ich heiße Alex, ja. Und was hast du heute Schönes gegessen, wie zum Beispiel Rindhund, wie zum Beispiel dieser Rind von seinem abgeschnittenen Fleisch? Was hast du heute gegessen? Also ich habe Reis mit Fleisch gegessen und noch ein bisschen Soße mit Chili. Ja, und ich habe auch was gegessen. Und ich kann es doch sagen, ich habe Brot gegessen, ich habe Brot gegessen, zweimal Brot, das war mit Zucker und gebacken wird, ja, das war im Ofen, das gebacken wird, ja, und ich schmuckelig und duschlig, sehr fabrik, ja, und mit viel Käse und Mayonnaise drauf, ohne Ketchup, das passt nicht dazu. Mit ein, ah, und ich habe nur vergessen, mit einer Mayonnaise, mit ein bisschen, wie heißt das nochmal, was ist, wie heißt das nochmal, Salat habe ich, und ich habe noch, also ich, ein Cent ist zu wenig. Also ich habe ein, 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 wie heißt dieses lange nochmal, äh, dieses, äh, ähm, 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 Brot. Und ich hab's gegessen. Ja, und? Und noch Salat mit Soße. Urla. Ja, und hat er's geschafft. Und ich sing euch jetzt ein Lied vor. Und das geht um Brot. Ich bin ein Brot, ich bin ein Brot, ich bin ein Brot, 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 Brot. Mit dem Ding, den Ding, die Backenbrot mit dem Schmackhaft und ich bin schmackhaft und ich bin schmackhaft und die Backen und sehr lecker. Ja, hallo. Und? Ja. Hast du das Ganze pürig statt das Aschenbrecher noch geschafft? Ja, genau. Ich meine, damit das lange Burrito, ich meine, ja, es gibt kein langes, ja und ja. Hast du's geschafft? Ja, natürlich. Okay. Braucht du uns schon los? Hallo, wir machen, wir werden jetzt was reden, was will man mit unserer Freundin reden? Das ist sehr spannend, aber das reden wir nicht so gut. Ja, es heißt Liederösterreichisches. Ich meine, das Wort wie zum Beispiel, wie, ähm, wie Dialekt, aber Liederösterreichisches. Ja. Ja. Joa, was hast du hier? Joa, was hast du hier? Joa, was hast du gegessen? Ja, was sind deine Geschenke, Joa? Ich hab gefragt, was hast du gegessen? Hast du keine Ohren? Ich hab's durchgesucht, ne? Wie ist das Liederösterreichisches? Nee, nein, das verstehst du nicht, okay? Anton, cole После, komm, wo sind deine Geschenke, okay? Antonia, lass na her? Joa? Wie heißt denn du... Antonia, jetzt sag bitte, wo sind deine Geschenke, okay? Ja, Antonia... Oh, es ist natürlich Weihnachten, oh, ja, also ich, also meine Geschenke sind, oh, oh, in mein Zimmer. Britta, wo sind deine Geschenke? Ich hab sie vergessen. Ich hab sie gesagt, in mein Zimmer. Ich hab sie vergessen, Mann. Längst du hast deine Geschenke? Mann, ich hab jetzt meine ganze Tasche vergessen von diesem Dialektisch. Na, jetzt hab ich dich gefragt, was hast du heute gegessen? Ja, ich hab etwas, etwas sehr Gemütliches gegessen. Na, und was war das? Das schmeckt so lecker. Und was war das? Milchreis. Genau wie Milchreis. Genau, das schmeckt so lecker mit ein bisschen Schoko drauf. Ja, das schmeckt so lecker und dann essen wir das zusammen. Hm, guck, da kriegt man einen kleinen Mund. Er hat auch heute gegessen. Guck, er wird dünner, dünner und dünner. Und das wird noch größer werden. Deine Ohren werden ein bisschen kleiner zum Zuhören werden. Und. Hallo fast alle, wer seht uns in YouTube. Und jetzt wollen wir anfangen zu sehen. Und hat es noch euch gefallen? Wir haben uns Spaß gemacht. Es war nur Dialekt. Okay, das war's. Und jetzt singen wir. Aufgepasst, das geht es wohl. Aufgepasst, das geht es wohl. Das hat die Leute auch nicht gesehen. In den Zirkusbau, was ist das los? In den Zirkusbau, das ist vermut. Groß und der dritte Teil. Mein Tipps. Und der dritte Teil. Kommt in den Zirkus, zählt hier rein. In den Zirkusbau, was ist das los? In den Zirkusbau, was ist das los? Eins, zwei, drei, und dann. Eins, zwei, drei, sei dabei. Und mein Schnürfrau. Wir sind fertig mit dem Lied. Und wir singen nur ein Lied. Und es ist... Ich meine, wir singen jetzt nur noch ein... Wir werden jetzt nur noch zwei Lieder singen. Eins singen wir jetzt und dann werden wir nur noch eins. Okay? Jetzt werden wir noch etwas, ja, ähm, ja, zusammenklappen. Und die Kuscheltiere sind schon angeschlafen. Zum Beispiel. Ja. Die sind nicht so einfach. Ja. Und, ja. Die sind auseinander. Und jetzt singen wir. So, es heißt, wir fliegen mit den Farben. Los, jetzt singen wir. Wir fliegen mit den Farben. Macht auch viel Spaß, aber jetzt, wir werden wir fliegen. Und jetzt. Wir fliegen mit den Farben in eine andere Welt. In ein Abenteuer sind wir ein Hell. Wir fliegen mit den Farben. Macht euch jetzt bereit. Es folgt eine spannende Zeit. Blau, viel durch und grün macht Hoffnung. Gelb macht Ruhe und daraus geht Ruhe. Kunterbunt vom Farben so. Das gibt es, das gibt es, das gibt es, das gibt es. Und wir gehen, uh, 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 uh. Wir fliegen mit den Farben in eine andere Welt. In jedem Abenteuer sind wir ein Hell. Wir fliegen mit den Farben. Macht euch jetzt bereit. Wir fliegen mit den Farben in eine andere Welt. Wir fliegen mit den Farben in eine andere Welt. Kraft ist in dir. Und wir singen es jetzt. Hallo. Und jetzt singen wir die Kraft ist in dir. Ja, aber wir sind gemütlich hingelegen. Ja. Ja, und später werden wir singen, ja. Und jetzt heißt die Kraft ist in dir. Wir legen uns gerade gemütlich hin. Auch wenn ich nicht auf die Gitarre schaue, kann ich selber singen. Und das geht los. Hier rein, hier hinein. Wenn wir Kraft in dir. Atme aus und sei. Denn die Kraft ist in dir. Wenn wir fest zusammen stehen, können wir die Welt umdrehen. Ja, die Rute in dir. Schöpfer Kraft und Stier. Glaub an dich. Sei glücklich. Jetzt und hier. Denn die Kraft ist in dir. In dir. Sanfter Regenfeld spendet Leben, spendet Kraft. Wie sie uns dann hält. Spendet Leben, spendet Kraft. Regenbogen der Schlangenzeit. Regenbogen der Schlangenzeit. Und zum Weg zur Heitlerkeit. Kommt das Wetter zurück. Jedes Mal zurück. Jedes Mal zurück. Glaub an dich. Zeig mir dich. Jetzt und hier. Denn die Kraft ist in dir. Wir sind fertig. Und wir sind das Mal wieder fertig. Und ich will mich noch immer hier. Ja, und ich sag's wieder. Einst trifft ein Abonnenten. Und jetzt kann ich wieder nicht. Okay, ich hab um die Zeit geschaut. Ja, selber. Wir müssen jetzt gehen. Okay? Tschüss. Was euch gefallen, dann lasst noch einen Daumen oben. Wenn ihr auf die Glocke hin zeigt, dann bitte, dann werden wir schneller. Wir alle werden schneller und schwanger bekommen. Ja, und das schon eins bekommen. Das ist das neue Baby. Und es ist ausgewachsen von dem Bär. Ja. Und ganz unten könnt ihr eine Kommentare schreiben von uns. Ja. Und wenn ihr gesehen habt, wie wir gefahren sind, dann bitte klickt da von dem Kanal. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert euch auf diesem Kanal, um mehrere Videos zu sehen. Und tschüss.